Hallo zusammen, heute möchte ich mit euch über die Pro-Palästina-Demonstrationen in Deutschland sprechen und wie man mit kleinem Aufwand sie erheblich verbessern könnte aus meiner Sicht. Zunächst einmal, die erste Frage muss sein, die grundlegende Frage muss sein, wozu eine Demonstration? Und das kann ganz wertfrei verschiedene Ziele haben, eine Demonstration durchzuführen. Ein Ziel kann zum Beispiel sein, dass man mit sich selbst, seinen eigenen Leuten, sagen wir mal Arabern, die Pro-Palästina sind, allein schon aus ethnischen Gründen, dass man einfach ein Ventil haben möchte, die Luft rauslassen möchte angesichts der Massaker in Gaza. Das wäre ein Ziel. Ein ganz anderes Ziel wäre es jedoch, wenn man darauf aufmerksam machen möchte, wenn man in der Mehrheitsgesellschaft bei Nicht-Muslimen, Nicht-Arabern ankommen möchte, sie informieren möchte, vielleicht sogar so stark, dass man sie mitnehmen kann, dass man sie für Demonstrationen einbinden kann und dass man dadurch politischen Druck auf die eigene Regierung ausüben kann, die ja zu den größten Unterstützern aktuell des Apartheid-Regimes gehört. Und ich nehme für dieses Video jetzt an, dass Letzteres ein Ziel ist, ein großes Ziel. Und dafür müssen sich viele unserer Demonstrationen in Deutschland erheblich verändern. Ich möchte drei Punkte erwähnen. Der erste Punkt ist die Pünktlichkeit. Wenn wir eine Demonstration ansetzen, für 15 Uhr beginnt der Marsch, dann sollte der Marsch beginnen um 15 Uhr. Nicht um 16.30 Uhr. Ja, das ist eine erhebliche Belastung für die Demonstranten, die oft ja mit Familien kommen. Und es soll ja keine Eintagsfliege sein. Wir sehen, dass der Konflikt sicherlich Wochen, Monate dauern wird. Das muss wiederholt werden, das muss größer werden, das muss stärker werden. Und dafür braucht man eine Zuverlässigkeit. Man muss vertrauen können, dass es beginnt, genau zu dem Zeitpunkt, dass man gesagt hat, dass es beginnen würde. Das ist Punkt 1. Eine deutsche Tugend, die man hier doch mal implementieren kann, auch wenn man schon seit mehreren Generationen in Deutschland ist. Eine deutsche Tugend, die die Deutschen nach und nach immer mehr verlieren. Aber es ist wichtig und wertvoll, insbesondere wenn man etwas wiederholen möchte, um seine Teilnehmerzahlen zu halten oder zu steigern. Weil sonst merken sich die Leute, wann es wirklich losgeht und kommen dann immer später. Und das ist dann eine Spirale, die zur Auflösung einer solchen Demo führt, ganz ohne irgendwelche Auflagen zu missachten. Das ist Punkt 1. Schwierig einzuhalten, sollte aber getan werden. Punkt 2. Die Reden bei Kundgebungen, insbesondere am Anfang. Wenn es welche gibt, dann sollten sie kurz sein, sie sollten prägnant sein, sie sollten professionell und ansprechend sein. Ewig lange Reden von 10 verschiedenen Rednern, die auf die Bühne gehen ans Mikro mit schlechtem Deutsch. Außer es wären jetzt ganz speziell zum Beispiel Palästinenser gerade aus Gaza oder aus dem Westjordanland, die noch kommen konnten. Und deswegen sprechen sie, sagen wir mal, in gerochenem Englisch und es wird übersetzt. Das ist ein Sonderfall. Aber normalerweise, lasst nicht die Leute ans Mikro, die kein gutes Deutsch sprechen. Es kommt nicht gut an, es ist unnötig. Lasst nur Leute ans Mikro, die vorher sich eine Rede überlegt haben, die nicht ans Mikro gehen und in dem Moment sich live gerade überlegen und sogar ins Mikro reinsprechen, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Dann bricht er in Tränen aus, dann weiß er nicht mehr, was er sagen soll. Man kann es mitfühlen, ja, aber es ist nicht professionell. Die Besten sollten ran ans Mikro, die Reden sollten vorher feststehen, der Veranstalter sollte die Reden vorher kennen. Er kann nicht einfach irgendwelche zufälligen Leute, die gerade in die Rede halten wollen, nach vorne ans Mikro bitten. Große Gefahr. Ganz einfach kann man das unterwandern. Du weißt ja nicht, was er sagt. Abgesehen davon, nochmal, es soll ja die Nicht-Muslime ansprechen, die bisher noch nicht so viel Aufmerksamkeit für das Thema selbst hatten, die für das Thema gewonnen werden wollen. Es müssen gute Reden sein. Sie müssen ansprechend sein für das ganze Publikum, nicht nur für seine eigenen Leute, die sowieso schon überzeugt sind. Sie müssen deutsch sein. Haut nicht ständig arabische Floskeln in jeden dritten Satz. Es bringt nichts. Es wirkt bestenfalls fremdartig, aber es wirkt auch eher abschreckend auf viele. Es müssen geeignete Leute sein, die solche Reden halten. Kurzprägnant und nicht so viele Redner, bitte. Dann geht der Marsch los und dann werden die Parolen gerufen. Punkt drei. Die Parolen. Was sollten das für Parolen sein? Nein. Deutschland hat mit seiner Regierung massiv Parolen eingeschränkt, wie ihr wisst. Ganz einfache Fakten, wie Kindermörder Israel, was ein Faktum ist, das ist nicht mal eine Meinung, die man diskutieren könnte, das ist ein Fakt, dürfen nicht gerufen werden. Aber es gibt auch noch viele Parolen, die gerufen werden können. Macht die Parolen auf Deutsch, macht sie nicht auf Arabisch. Es bringt relativ wenig für das Ziel, die Mehrheitsgesellschaft zu erreichen. Wenn ihr ruft, Takbir Allahu Akbar, La ilaha illallah, das kann man vielleicht noch verstehen. Das verstehen wohl alle. Aber wenn ihr dann immer wieder ruft, Al-Shahid Habibullah, für wen ruft ihr das? Ihr ruft es nicht für die Deutschen. Wie kommt es bei Deutschen an, die am Rand stehen? Nicht-muslimische Deutschen, die das hören. Ich selbst war bei solchen Demos als Teilnehmer dabei. Aber ich weiß schon, wie es bei mir ankommt. Geschweige denn, wie es bei Nicht-Muslimen am Straßenrand ankommt. Bei denen kommt das so an, als bester Fall, fremdartig, Folklore, ist ja interessant, was sie hier für eine Kultur verbreiten, hat irgendwas mit Palästina zu tun, rufen irgendwas in ihrer arabischen Sprache. Aber sehr viel wahrscheinlicher, es wirkt abschreckend. Es wirkt sogar bedrohlich. Und es wird ja auch nicht besonders schön gerufen. Vielleicht auch nicht von jedem Mikrowagen. Sondern es wird durchaus manchmal gegrölt. Und wenn etwas gegrölt wird in fremdartiger Sprache, dann wirkt das wie ein Angriff. Abschreckend, bedrohlich, gefährlich. Ist es das, was wir erzielen wollten mit der Demonstration? Hat eine arabische Parole überhaupt irgendeinen Sinn, wenn wir von dem Ziel sprechen, was ich gerade am Anfang formuliert habe? Ist eine arabische Parole von irgendeiner sinnvollen Gehalt? Aus meiner Sicht, nein. Völlig am Ziel vorbei. Ich kann die Emotionen verstehen. Ich kann verstehen, dass Leute Sachen rufen wollen aus ihrer eigenen Kultur, ihrer Heimat. Ist aber hier am Ziel vorbei. Das heißt, die Organisatoren müssen erstens am Mikro nur vorbereitete Parolen auf Deutsch rufen lassen. Freiheit für Palästina. Freiheit für Gaza. Wir brauchen auch nicht free, free, free. Brauchen wir nicht. Wir sind jetzt nicht irgendwo in UK, USA. Wir können einfach Freiheit für rufen. Das verstehen Deutsche mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser. Und es wirkt auch angemessener. Und für die Organisatoren mit dem Mikrowagen gilt. Der Mikrowagen muss das Heft in der Hand haben. Über die gesamte Demonstrationslänge. Was der Mikrowagen sagt, muss alles übertönen. Er bestimmt, welche Parolen gerufen werden. Er bestimmt die Tonalität. Er bestimmt den Text. Wenn der Mikrowagen 10, 20, 30 Sekunden nichts sagt, dann werden andere von den Demonstrationsteilnehmern einfach nur mit ihrer Stimme irgendetwas Arabisches grölen. Wenn ihr Pech habt, sogar etwas sehr Unangemessenes. Und andere werden das mitrufen. Weil ihr habt euch dann das Heft aus der Hand nehmen lassen. Und wenn wir diese drei Sachen haben, also eine Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit der Organisatoren, geeignete und gute Redner, sowie Parolen, die vernünftig sind, ansprechend sind, deutsch sind und die auch das Heft in der Hand halten und es nicht abgeben an die Demonstrationsteilnehmer, dann haben wir eine Grundlage, um noch weiter zu gehen. Beispielsweise Flyer vorzubereiten für Zuschauer, die links und rechts verteilt sind und die auch durchdacht und klug sind und viele weitere Dinge, die man in diese Richtung machen kann. Und das sind Kleinigkeiten. Kleinigkeiten, die aber viel ausmachen. Freue mich auf eure Kommentare. Bis zum nächsten Video. Ciao.